nicht so breit man hier gibt es der strecken natürlich was hast du denn gedacht soll das denn passieren hier kommt nur auf der start ziel du hast mich endlich vorbei in den kampf war alles klar die nächste drei sekunden strafe dann lass es doch ich soll ich gleich gegen die wand fahren oder was ich kann nicht mehr chris auf monaco zum 2 zum dritten mal sagte doch nächste woche haben wir die 50 das ist nicht unsere karte definitiv ich monaco ist absolute schmutz man also müssten wir eigentlich versuchen uns nicht gegenseitig auszahlen sondern die gegner auszahlen das ist ja noch schlimmer 321 bin ich jetzt wieder jetzt los kurz zurückgefahren der wollte meine rückwärts machen wir das eigentlich ein channel und nerven mit dem mic da der ist gemütet und die gesellschaft wenn er gemütet ist genau ich hatte jetzt gerade nur drauf das christus 321 der taucht in fünf vier drei zwei eins jetzt nicht auf verdammt schnee dafür warten zu weit entfernt macht ihr denn die große karte einstellung dann ist auch große karte ein insel ah ja du weißt du bist keiner mag dich hamilton perez euch auch nicht botas dich erst recht nicht lecler auch nicht norris du bist okay zu nur du auch brachio dich fass ich auch dainst du bist auch scheiße alonso du bist auch scheiße okon du bist auch scheiße fulltime gamer du bist nicht scheiße reikön du bist scheiße mazepin scheiße gerstlich gerstlich auch mazepin oh da kommt Vettel du hast bescheuert ab die oh man der war so tief jetzt aber mal konservation hier kein frühstart kein frühstart kein frühstart kein frühstart kein frühstart das war mein frontflügel mazepin du hallo Chris hallo erst zickzack ja weil ich erst mal wieder reinkommen wir haben ja so ewigkeiten nichts mehr formel 1 mäßig gespielt alles klar das war reikön ja den habe ich gerade glaube ich weg gehauen also angetotzt eine reikön ist vor dir dann den anderen coach rochon rochon ne crochon ist das nicht ach so der will denn hier durch mich durchfahren johle weiß ich nicht mein frontflügel ist komplett im 3 sekunden was heißt hier kurven schneiden du kannst nicht anders vor diese ich habe einen kaputten frontflügel und die nächste alles klar gold bestätigt alter alter schuhmacher übertreib mal deine lage nicht alter nur weil der daddy gut weiß nicht dass du sauf bist wo aus dem talent muss ich in die wiege gelegt werden wie will ich der mit kaputten frontflügel und nach zeit nein ist meine position hat sie muss auch in die box holen ich bin jetzt schön safe in der dodo jawohl noch vor mazepin raus nein schuhmacher klebt mir am arsch hier ist ja sowieso noch alter jetzt muss ich aufpassen ich will davon nicht wieder abkürzen ich bremse ja alles klar alles klar geh doch mal aus dem weg junge nein verpiss dich junge fahr in die box und reparier deinen frontflügel das kann ja keiner mit ansehen nö fahr selber in die box nö fahr du doch nö fahr du doch ich bin nicht kaputt ich schon aber ich bleib draußen diese position gehört mir 6 sekunden warum habe ich 6 sekunden ja dodo aber das leben ist ein zugerschlecken also diese kurve hier alter ja ja dann fahren wir vorbei geht ja nicht natürlich was hast du denn gedacht wie soll das denn passieren hier ich komm nur auf der start ziel oh Herr Dödel lass mich endlich vorbei ja dann komm fahr auf ja hoffentlich hat es weh getan alles klar die nächste drei sekunden strafe dann lass es doch ich kann soll ich gleich gegen die wand fahren oder was ja ich kann nicht mehr ich seh nur noch nen Reifen fliegen alter ich seh nur noch nen Reifen fliegen alter oh der hat nen Reifen verloren hallo dodo hallo dodo hallo dodo hallo dodo nein mein Flügel ja oh scheiße mein Flügel kicken wir nicht ich will ne ich will ne ich will ne neustart ok aber an ach es geht schon wieder junge ne ist okay machen wir nein nein hör auf fast fertig zieht eure scheiß Schilder rein jule sonst fahr ich euch die ab ja hab ich auch grad gedacht aktuelle behalten noch kann ich fahren bro erstmal alex zu gucken wie weg mazipi warum kannst du so stark bremsen alex weil ich es einstellen kann nein doch die wand die weg getötet ach wegen mir du wick da ja komm legt mich doch drei sekunden voll die kriege ich nicht mehr, guck mal wie weit die weg sind also wir haben eine drei sekunden Zeitstrafe für offensichtliches Kurvenschneiden erhalten auf Reikön hast du sieben Sekunden ja, von 15 auf Vettel ein Boxenstopp das kann doch gar nicht sein auf Reikön hat auf Vettel gerade mal 1,5 Sekunden ich habe auf Vettel 15 Sekunden und auf Reikön 7,5 ach komm Alter, leck mich doch diese Kurven hier sind das bescheuerste überhaupt wer hat sich diese Miststrecke ausgedacht keine Ahnung, aber dem sollte man echt auf die Fresse hauen schade, die letzte Strecke ist China meine Main-Karte davon träumst du auf China habe ich beim letzten Mal den Sieg geholt nein, das war ich nee guck auf YouTube änderung bestätigt na du hast ja jetzt Zeit, guck auf YouTube nein du weißt, was habe ich den Sieg geholt auf China ne, ich ne, ich nein, ich nein, ich nein, ich nein, ich du warst auf China kacke ich reikön, ne, ich reikön nicht mein Alex äh, mein Chris mhm, schon klar er ist 35 Sekunden hinter dem, äh, hinter dem Schumacher das ist mir eigentlich vollkommen egal Hauptsache ich fahr hier die Strecke durch ja aber echt bin ich schon überrundet oh nein ich hab die Aufnahme nicht gestartet verarschen kannst du jemanden anderen ok hinterklappen können ich sehe Alex auf jeden Fall da in der Kurve noch sterben ne reikön ist ein Boxenstopp, Alex ja, danke immer noch Boxenstopp Viertel 17, Ghastly 19 anderen fahren jetzt in der nächsten Runde wie mein Unterboden wurde beschädigt ich war gerade in der Box, sie huren na und die können doch keinen Unterboden neu machen in der Box doch, ich wollte eine Unterbodenbeleuchtung drauf haben Alter, ich bremse Giovinazzi gleich aus, ne geht weg mit euren blauen Schlacken hier ist gar keiner hinter mir diese Kurve ist so dreckig kommt eigentlich als nächster keine Ahnung eine andere Scheißkarte da haben wir am Anfang irgendwie nur die Scheißkarten ja hamilton, Verstappen und Bottas sind gerade im Box ist eigentlich Australien noch dabei? ja ja weil das war doch eigentlich immer die Einführungs-Dings naja, diesmal nicht also meistens war auf jeden Fall Australien die das erste Rennen der Saison die Jungs sind immer noch im Boxenstopp Verstappen ist jetzt fertig, fährt raus, Alex natürlich fährt Verstappen ist fertig, fährt raus Alonso, äh, Nelekea ist fertig krieg ich nicht mehr geht doch mal weg mit euren Scheißblauen Flaggen was soll denn das? da ist gar keiner hinter mir Ernährung an Nachzügler Nachzügler, Entschuldigung oh, das war knapp in der langsamen Kurve kannst du eigentlich packen ne aber so waren wir am Tunnel war überholt schön für dich NEIN boah, das war knapp, Jungs das war knapp willst du mir doch erzählen, dass da nix kaputt gegangen ist? nö nein alles klar wir haben besseres Auto als du alles klar geh jetzt komm, Alter, hier schrot ich noch irgendwann die anderen sind in der Box Bottas, Peres Peres ist jetzt fertig Bottas ist fertig waren die nicht eben schon in der Box? NEIN das war ja aber nur grüne Zeiten, ne? für Lila sind wir auf der Karte zu schlecht auf jeden Fall das ist, glaube ich, die Lenkung am Controller zu blöd im Lenkrad kommst du ja auch nicht zurecht also du hast du da musst du ja kurven bei der Kurve, wenn du Lenkrad hast als ob du grad die Schotten vom U-Boot öffnest machte Schotten dicht Schotten dicht gibt zwei Möglichkeiten Alex kriegt noch, dass er unter die 10 kommt ach, man Änderung bestätigt Chris wird niemals mehr ne Platz 8 Platz 18 ist halt einfach auf Chris äh 40 Sekunden hä, was laberst du? 9 Sekunden stehen ach, auf Alex Entschuldigung pack die Schilder ein Sekunden jetzt vom Gaslitig hole ich ich traue mich auch einfach nicht, mich anders hinzusetzen, ne? und ich genau weiß, wenn ich das tue, rammel ich irgendwo vor wenn denn der einen jetzt langen Kurve, wo du eben gebremst hast, bremsen die meisten gar nicht welche? nach oben, wo die Kurve kommt ach so bremst da lieber ich bremste auch, aber ich sag ja die gehen da mit Halbgas was? naja, meine Radaufhängung ist jetzt auch kaputt jetzt aber geh weg Aschenbecher, du störst ey, das gibt es doch nicht bist schon wieder kaputt was ist denn das? oh nein hab ich jetzt hier auf einmal Plastikfrontflügel gekriegt, oder was? das sind schon die ganze Zeit Plastikfrontflügel, du darfst aktuelle beibehalten das war's Das war's frontflügel im Arsch hallo Mike Boxentstop, was kurve da schaffen, Joll toll, das war's alles klar alles klar gelber Frontflügel das ist viel spaß beim überholen, ich war letzter ich habe mit 60 und ich bin letzter ja schumacher ist zu weit weg von dir er ist noch 20 sekunden ja ich war ja bestimmt auch schon viermal in der box jetzt also der nächsten season ist die strecke sowieso raus das kann ich separat einstellen kann sagen die karte weg dafür gibt es halt doppelt china oder doppel australien gewickt mit deinem china junge ach komm legt mich doch alter wir sind so strenger wie in 18 ist glaube ich so anderthalb runden verkehrt herumgefahren so alex jetzt liegt es nur an die ich gebe mein bestes patch was da vorne oder hau schumacher raus ich haue niemanden raus alter ist mit der adr ist kaputt motorschaben mach's gut schumi noch mal zwei da hat es die chance jungs recht sehen können auch freiköten schon wieder ja schumacher ist aus ah chris dadurch dass du disqualifiziert wurdest bist du jetzt platz 20 platz schlechter wie ich ich habe gesagt aktuelle behalten nicht änderung bestätigt ich bin dafür dass Mike f22 mitspielt ja das wird ein spaß ach komm jetzt mach nicht so du bist für uns wirst du die menschen auf youtube im august gerne warum im august das ist ja nur noch und wo du den rechner kriege ja ich höre auf im himmel ist und selbst dann wahrscheinlich nicht eine tor kommt ja in die hölle dann fängt er wieder an zu rauchen ja noch langsamer geht auch nicht durch die kurve verdammte hacke jetzt macht ich doch kaputt ich schwitze ich schwitze ja frag mal mein t-shirt den gibt's nicht am t-shirt am roten an der flossen an der und das ist rum mit alex party die szenen musste reinschneiden so war die ist in der box die streckenbegrenzung wird alles klar damit bedanken wir uns bis zur nächsten folge haut rein und